Hello, hello, hello. I'm making a video for my parents. Wie geht's euch? Ich habe eine Rose, ein Rosenvideo für euch. Es ist ganz toll. Wunderschön. Man sieht unter dieser Petal sieht man noch mehr lila. Hellblau lila. Pastellfarbene Rose. Yes, Babydog, we have to behave now. We need to behave. We need to behave. This is a video. This is a video for my parents. Yes, and we need to... Babydog needs to behave. Yes. Yes, he does. He needs to learn to behave himself. My Babydog kam schon wieder angerannt und hätte schon fast wieder das Video ausgemacht. Ich muss immer gucken, dass der Pfeil über dem roten Knopf ist, weil der Babydog sonst nämlich das Video ausmacht. Yes, it's a rose. You like that rose? You like that? You like a rose? It's a nice rose, a nice rose. It is nice here. Die Rose ist unendlich schön. Unendlich schön. Die Rose habe ich mir im Internet gekauft. Eine Haarloom Rose aus, ich glaube aus Portland, Oregon. und das habe ich mir bestellt. Ich habe mir zwei Rosen gekauft. Zwei Rosenstöcke im Topf. Eine weiße und diese hellblau lila Pastellfarbene. Und die hatte ich erst hier eingepflanzt, wo der Sprinkler ist. Die weiße hier vorne und die lila dahinter. Und das ging leider nicht im Garten. Die musste ich... Die habe ich gerade noch... gerade eben noch retten können. Vor 2 Jahren oder so habe ich die wieder ausgraben müssen. Und in einen weißen 5 Gallon Topf bucket eingepflanzt. Der kriegt immer ein Raptus. Das ist das Problem. Das ist das Raptus... Ein Raptus Problem ist das... Und da muss man ganz schlimm aufpassen. Da brauche ich nämlich... immer mein shark cage um mich herum liegen, wenn ich einen hätte. Er sitzt jetzt auf meinem Schoß. Yes, you are amazing, that is what you are, yes. That is what you are truly, truly amazing, yes. He is a licker, he is a licker and he is not going to stop licking, he is going to continue to lick. Now he did stop. Yes, it is nice, it is, it is nice, it is. Oh yes, it is nice. Yes, we knuddeln ganz viel, ganz viel knuddeln. Knuddeln and kissen. Oh yes, kissen and knuddeln. Yes. I love you. I love you. I love you. Infinitely much. Yes. Paul hat jetzt rausgefunden, was für ein Hund er ist. Er ist ein American.